Was bedeutet eigentlich der Begriff Hausvorteil? Ich meine, hat das Haus irgendwie übermächtige Fundamente, Fenster, Steine oder Boden oder was auch immer? Oder wieso hat das Haus überhaupt einen Vorteil? Wieso haben die Casinos immer Vorteile uns gegenüber? Und das wurde uns natürlich immer wieder so beigebracht, dass Spielbanken immer zumindest am Ende gewinnen werden und auch Hausvorteile haben. Und ich habe mich selber in allen Casinos in Deutschland sperren lassen, weil ich an so einen Schrott nicht glaube. Es gibt keinen Hausvorteil, sondern es geht hier nur um eines und zwar Betrug, was die Spielbanken durchziehen. Und wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Beitrag auf YouTube Spiegel TV am 7.7.2018. Also das ist ganz, ganz frisch herausgekommen. Und hier packt ein Insider aus und erklärt uns, wie in Spielbanken als auch privat beschissen wird. Bevor ich damit anfange, fangen wir doch erstmal mit der Theorie an. So, wir haben hier einen Blackjack Tisch. Wir haben hier drei Spieler. Das hier ist der Tisch und hier sitzt der Dealer. Hier oben ist die Kamera. Wenn Sie sich das mal bitte mal etwas genauer anschauen würden. Eine Spielbank wird besser bewacht wie ein Gefängnis. Was braucht der Computer, um überhaupt hier irgendwelche Werte zu errechnen? Gehen wir kurz auf Google. Es gibt tatsächlich im Ausland, hauptsächlich aus China, Softwaregeräte, die quasi dabei uns helfen können. Oder die Spielbanken helfen können, zumindest Spieler zu bescheißen. Man sieht hier gibt es mehrere Produkte. Ich will jetzt darüber kein großes Werbung machen. Aber es gibt sie halt tatsächlich. Man kann diese Programme bestellen. Und zwar so eine Software liegt bei knapp 400 Euro. Und damit kann man die entsprechenden Spieler bescheißen. Das wird uns gleich Spiegel TV auch erklären. So, wie funktioniert das Ganze? Das hier ist die Software, welche ich Ihnen gerade gezeigt habe. Der braucht insgesamt drei Informationen oder insgesamt zwei Anzahl der Spieler und die kodierte Karten. Was bedeutet kodierte Karten? Das bedeutet, die Karten sind quasi am Rand kodiert. So, dass diese in diese Mischmaschine oder Schlitten eingebaut ist. Die Kamera hier oben kann ganz genau durch die kodierte Karten errechnen, wer wann gewinnen wird. So, dazu brauchen natürlich die Casinos immer einen Komplize hier hinten. Der sitzt meistens immer zumindest am letzten Platz oder irgendwo in der Mitte. Also der wird nie hier weiter vorne sitzen. Der sitzt immer in dem hinteren Bereich. Und quasi ist das so, wenn die Kamera zumindest hier weitergegeben wie viele Spiele am Tisch sitzen. Insgesamt sind es drei. Und der Schlitten herausrechnet, wer jetzt hier gewinnen wird anhand von gezogenen Zahlen. Werden diese zwei Informationen zusammengerechnet und anhand von ein schnurloses Kabel oder beziehungsweise über ein Bluetooth an den Komplizen übertragen. Und so weiß er, soll er jetzt ziehen oder soll er nicht ziehen. Und das ist mir persönlich, wie gesagt, sehr stark aufgefallen. Ich sage jetzt nicht, welche Spielbank. Aber ich war, glaube ich, fast zwei Monate lang jeden Tag da drin. Und mir ist aufgefallen, dass immer wieder bestimmte Spieler gewinnen und bestimmte immer wieder verlieren. Oder dass die Bank zum Beispiel ewig keinen Blackjack macht oder ständig hintereinander gewinnt. Und das ist natürlich eine Systemmanipulation, was da stattfindet. Auch wenn die Casinos sagen, nein, wir benutzen sowas nicht. Natürlich benutzen sie sowas. Und genau das packt hier der Insider hier aus. Ich werde das Video unten verlinken. Also wir haben hier den Spiegel-TV-Mitarbeiter. Man sieht, hier kann man zumindest das Programm anordern. Und wir haben hier einen Gruppier, der hat oder einen, ich sage mal, einen Spieler, der quasi damals halt auch diese Software benutzt hat. Und man sieht, wenn sie ankommen, also so ein Paket liegt ungefähr bei 400 Euro. Und dementsprechend werden halt quasi die Daten übertragen. Und ja, der nette Herr hier kann eben halt schon vorher bestimmen, wer gewinnen wird. Man sieht zumindest hier, hier ist ein Ohrstopsel. Und wir haben gerade ein Feuerzeug gesehen. Da ist eine Kamera eingebaut. Wie gesagt, schauen Sie sich das mal bitte selber in Ruhe an. Ich finde das total voll daneben, was die Spielbanken hier abziehen. Glauben Sie nicht an Hausvorteile. Wie gesagt, das Video ist ganz frisch rausgekommen. Schauen Sie sich das lieber mal an und hören Sie auf, hier auf irgendwelchen Illusionen hereinzufallen, was uns von damals beigebracht wurde. In der heutigen Zeit wird nur manipuliert. Und das ist halt auch keine große Kunst. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wie gesagt, unten wird das Video verlinkt, ab welcher Minute. Sie sich das anschauen können und bis zum nächsten Video.